Also ich kann wirklich von meiner Zeit, wo ich angefangen habe, das war wirklich, vor 20 Jahren, da habe ich Musik gemacht, da waren wir froh, wenn wir ein Handy hatten, das so knochenmäßig aussah. Heutzutage kommst du über Instagram, Facebook, Twitter, kommst du gar nicht vorbei. Also Networking ist sowas von wichtig. Und ich, alte Oma, muss da erstmal mich einarbeiten. Aber ich glaube, du hilfst mir dann dabei.